Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ja, der Leader des Moin-Klanes ist mal wieder zurück und heute haben wir die Game Capture Card HD endlich in unserer Zockerbude. Schaut mal zum Bildschirm, es ist Black Ops angesagt, bin hier gerade auf meinem offiziellen Klan, der Moin-Klan und wir sind jetzt schon Level 3, werde jetzt noch ein bisschen Team Deathmatch spielen Leute, ein paar Stunden, damit ich 750 Abschlachtungen habe. Dann haben wir nochmal 300 EP. Jo, bin ja jetzt ab Sonntag offline, bis Freitag, Internat, Schule, Koch, Beruf, Kacke, Scheiße, nicht zocken. Werdet aber trotzdem Videos machen für euch Leute vom Internat und ja, da ist sie auf jeden Fall. Meine Game Capture Card HD, das ist von Elgato, kostet 160 Euro, wenn Leute wissen wollen, wie viel das kostet. Unterstützt Twitch hier, HDMI-Anschluss, alles dabei, Full HD wird das Ding dann, also die Aufnahmen werden dann in Folge. Full HD übernommen und da ist eine Software drin, die kann ich dann installieren und so sieht das Ding auf jeden Fall aus. Lasst das jetzt erstmal so, sonst wird das hier noch verschmutzt bei dem Müll hier. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und werde heute nochmal ein Video hochladen. Vielleicht ein Live-Commentary, aber natürlich noch mit meinem Handy, weil ich noch keinen PC am Start habe. Leute, vielen Dank fürs Abonnieren, für inzwischen schon 102 Abonnenten, ihr seid spitze und haut einfach rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.